So. Erkundet die Gegend. Ja, hier. Hallo? Nicht abhauen. Was ist das denn für ein Feigling? Läuft vor einer Frau davon. Gauna. Na komm. Weg mit deinem scheiß Schild. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ein Mörder! So, na komm. So, zwei weitere hab ich erledigt, aber den hier immer noch nicht. Na, geht doch. Ganz schön hartnäckig, der Bursche. Na gut, ähm, kann ich mit Marion vielleicht... Ähm, das war vielleicht der falsche Weg, Marion. Na gut, dann schalten wir den Hauptmann hier auch nochmal eben aus. Deine Mutter ist tot. So. Ähm, ja gut, dann nehmen wir halt den Weg hier oben. Da liegt auch noch irgendwas. Vielleicht sollte ich das mal mitnehmen, wenn hier keine Ritter herumstehen. Hebt euch zu erheben! Doch, natürlich ein Ritter. Okay, dann lasse ich das vielleicht doch mal lieber bleiben. Und nehme mal den anderen Weg hier. Dann werde ich mal versuchen, ob ich mit Marion mit ihren Pfeilen die drei, äh, die sechs Wachen hier ausschalten kann. Das wäre ganz gut. So, und der gute Robin, der kann auch mal wieder runterkommen. Der braucht gleich nochmal ein wenig Heilung. So, Marion. Okay, du hast hier Reichweite, dann... Erledige doch mal die Wachen hier. Ah, Mist, der hat sich bewegt. Nein, ich werde laufen. Kann ich den treffen? Ja. Ach, verdammt. Na gut, die bewegen sich jetzt zu viel, dann kriegt Robin einmal seine Medizin. Schnell, Marion. So. Robin ist wieder geheilt. Und ja, super. Robin hat erstmal Marion jetzt abgestochen. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man mehrere... Ja, komm schon. Wenn man mehrere von seinen Leuten richtig zusammenstehen hat. Dann killt man sich ganz gerne mal eine eigene Person. So, die werden alle erledigt. Und hier auf dem Hof ist auch nichts mehr los. Ich gucke nochmal auf die Karte. Nö, hier ist nichts mehr. Da ist noch ein Trupp Wachen. Kann ich hier irgendwo... Nee, hier kann ich nicht hochklettern. Aber vielleicht kann ich ja mal hier... Geldbeutel. Da mal ein Geldbeutel hin. So, und Robin war eben wieder in Deckung. Okay, Robin ist nicht schnell in Deckung gegangen. Das war jetzt ein bisschen doof. Lauf, Robin. Lauf. Robin braucht dringend Verarztung. Meryn hat nur noch einmal Kräuter. So. Wie nett, aber es geht schon, wirklich. Na gut. Dann auf die Wachen hier. So. Also diese orangenen Wachen machen schon ein bisschen mehr Schaden als diese... Äh, äh, wie wir sahen die anderen, aber ich weiß gar nicht, gelb oder braun oder so. So, die beiden werden erledigt. Okay, der steht hier immer noch rum. Aber vielleicht kann ich den auch mit einem Pfeil ausschalten. Nein, kann ich nicht. Nein, der wehrt das mit seinem Schild ab. Dann muss ich ihn mit dem Schwert besiegen. Na, komm. Gut, das war diese Wache. Dann frage ich nochmal eben den Bettler, ob der uns hier irgendwas Tolles erzählen kann. Nimm diesen Beutel, mein Freund. Nimm diesen Beutel. Ich danke euch. Gut, wo? Achso, da oben. Ja, dann lesen wir doch mal, was auf dieser Schriftrolle steht. Achso, das ist Information darüber. Achso, das ist der silberne Pfeil, der Preis für den Sieger im Wettkampf, der Bogenschütz. Ja, okay, den silbernen Pfeil brauchen wir jetzt nicht unbedingt, schätze ich mal. So, und jetzt müsste ich mal eben warten, bis die Wachen da weg sind. Weil ich eigentlich nicht unbedingt noch gegen die kämpfen möchte. Hier kommt noch irgendeiner an. Der chillt hier ein bisschen. Und du kannst dich direkt bei mir da zulegen. Komm. Na, komm, Bartz. Okay. Der wäre weg. Die Wachen bewegen sich ja auch wieder weg. Dann kann ich mal jetzt schnell zu den Bogenschützen. Und mal gucken, was der uns so zu sagen hat. Äh. Mich der Bande Robin Hoods anschließen? Mit Vergnügen. Ich bin Matsch, der Sohn des Müllers. Du kannst mit meinem Bogen rechnen. Zudem brauchst du meine Hilfe, um hier herauszukommen. Ich habe eine Idee. Zwei meiner Vetter wohnen hier. Sie würden gerne für König Richard kämpfen. Suchen wir sie also. Okay, wir haben den Matschmiller jetzt dabei. Und der hat auch noch zwei Vettern, die sich uns auch anschließen möchten. Also das sind wieder zwei so riesenhafte Prügelkerle. Okay, der eine ist hier unten. Dann würde ich sagen... Äh, hat der Matschmiller denn noch... Okay, der hat noch neun Pfeile dabei. Das ist natürlich sehr gut. Aber er muss näher ran. Noch näher. Okay, so ein toller Bogenschütze ist der dann scheinbar nicht, wenn der bis auf fünf Meter ran muss. Ja, dem geht's gut, keine Sorge. Gut, ich hoffe, er ist auch ein guter Schwertkämpfer. Ja, sieht ganz gut aus. So. Okay, jetzt... ...haben die Wachen dort nämlich entdeckt. Ähm, Robin kann mal eben die hier K.O. hauen. Oder auch nicht. Gut, das wäre der. So, Matschmiller muss hier gegen den Hauptmann antreten. Okay, der Hauptmann macht ihm schon ein paar mehr Probleme. Na, komm, stech ihn ab. Oder ich weiß nicht, kann ich ihn mit... Ähm, ne, pfeilen wir uns hier nicht. Ich hab gerade überlegt, ob ich... ...die Leute hier einfach in den Kampf verwickeln und die dann mit Robin ein K.O. hauen kann. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, okay, der Hauptmann verpisst sich einfach mal. Wenn seine Männer tot sind, dann geht er erstmal los, um Verstärkung zu holen. Aber Robin wird ihn erledigen, so. Hat er Geld dabei? Nein. Gut, wenn er kein Geld dabei hat, dann kriegt auch seine Witwe leider nichts. Kann ich eigentlich alles selber bezahlen. Sehe ich auch gar nicht ein. Na, komm. Gut, das war einfach. Dann sind hier noch ein paar Gestalten. Achso, da ist der Vetter. Das ist wieder so ein Heilertyp. Na gut, dann... Die Rüstung ist zu schwer. Die Rüstung ist zu schwer, ja, dann zieh sie doch aus. Dann kann ich mich auch besser mit meinen Pfeilen erwischen. Dann kommt nochmal unser Matschmiller hier zum Einsatz. Mit dem kann ich... Na, komm. Die Wachen hier mal eben ausschalten. Ja, noch näher. Mit dem Bogen muss ich echt noch ein bisschen üben, wenn er so nah rankommen muss. Aber immerhin kann er treffen. Auch wenn er nicht so der Scharfschütze ist. So, dann... Die hier nochmal. Okay. Das habe ich vermeint. Wo ist denn unser Matsch? Da ist er. Gut, dass man hier auch so viel jetzt sehen kann. Ähm, ich gehe vielleicht mal ein bisschen hier rüber. Na, komm. Okay, den ersten haben wir, glaube ich, erledigt. Wenn ich das nicht richtig gesehen habe. Ein Energiebalken ist noch hier unten. Welch trauriges Schicksal. Gut, die sind alle hinüber, so wie es aussieht. Dann... Robin, der kann doch bestimmt hier rüber klettern. Ne, kann er nicht. Verdammt. Okay, dann muss Robin außen rum und die Wachen hier mal eben alarmieren. Ist ja auch egal. Oh Gott. Seit meiner Jugend übe ich die feine Kunst des Umgangs mit der Mistgabel. Endlich werden all die Jahre Früchte tragen. Ich werde an eurer Seite im Namen König Richards kämpfen. Gut, dann kann Robin sich mal eben verstecken und Peter neu... Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Okay, Robin muss doch wieder ran. Nein. Du hast dich gut geschaut. Gut, einer ist tot. Einer ist noch übrig. Na, komm. Stech ihn ab. Okay, Robin, äh... Achso. Ja, er ist zu stark. Und er danzt da jetzt erstmal ein bisschen ab, sagt er. Und dann verpisst er sich in das Haus, so alles klar. So, dann einmal Robin heilen. Glücklicherweise hat er auch direkt 10 Heilkräuter dabei. So, dann müssen wir auch mal Marion nachholen. Ähm... Und obwohl ich schalte erstmal die Wachen hier aus. Dann hole ich Marion und den Matsch Miller mal hinterher. Damit ich die auch mal heilen kann. So. Ah, komm schon. Okay, er ist zu Boden gegangen. Du kannst mich nicht besiegen. Stech ihn ab. Bartz, so, der ist hinüber. Hilf euch zu erkennen. Okay, der ist wieder rausgekommen, aber der verpisst sich auch direkt mal wieder. Na gut, dann Matsch Miller und Lady Marion, bitte mal. In die Notaufnahme. Ein Mörder. Ein Mörder, ja. Das ist sehr lieb. Sehr lieb. Ja, danke. So, Marion, wo bist du denn? Lauf, Mädchen, lauf. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. So, ein paar Kräuter für Marion. Dann lasse ich die drei erstmal hier stehen. Und, achso, hier ist... Können wir den hier befreien vielleicht? Ja, sieht so aus. Okay, da kam ein paar Wachen, die haben sich auch direkt wieder verpisst. Dann befreien wir mal den armen Mann hier. Dank euch bin ich frei. Der Sheriff wird mich jedoch niemals entfrieden lassen. Nun gut, ich werde mich euch in Sherwood anschließen, denn nur so kann ich das Untier bekämpfen. Lasst mich nur eben meiner Familie Bescheid geben, dass ich frei bin. Auf bald. Okay, damit haben wir dann scheinbar einen weiteren Kameraden. Gut, die Wachen hier... Die gehen einfach alle in irgendwelche Häuser rein. Naja, sollen sie doch. Robin, gut. Oh, Gordon Freeman. Naja, dann kann ich mal weitermachen und die Wachen hier anscheinend. So, die... Die verpisst sich auch direkt. Lady Marion mal eben weg hier. Sonst haue ich hier noch wieder meine eigenen Leute um. Okay, Robin ist glaube... Nee, Robin ist nicht mehr in den Kampf verwickelt. Doch, Robin ist auch noch in den Kampf verwickelt. Das ist natürlich ein wenig doof. Alle sind in Kämpfe verwickelt. Ich kann aber nur einen kontrollieren. So, der ist erledigt. Dann, Peter, wie auch immer dein Nachname ausgesprochen wird. Du stickst mal hier den Ritter ab mit deiner heldenhaften Mistgabel. Zu Hilfe, zu Hilfe. Na, komm. Tiefschlag. Okay. Der ist... Okay, jetzt ist er K.O. Und jetzt ist er tot. So, was hat... Ja, Robin wird von... Lauf, Robin, lauf. Und Marion wird auch von... Ja, scheiße. Okay, das war... Ja. Das war wieder super. Ich habe keine Ahnung, wo die Bogenschützen jetzt auf einmal herkommen, aber... Naja. Dann dürfen wir direkt nochmal anfangen. Bogenschützen können einem echt das ganze Spiel versauen. Vor allem, wenn da mehrere auf einem Haufen stehen und die dann immer abwechselnd schießen, kann man auch nicht mehr... Kann man den Charakter nicht mehr in Sicherheit bringen, weil der dann immer getroffen wird und immer auf der Stelle stehen bleibt. Naja. Aber jetzt weiß ich ja ungefähr, wie ich es machen muss. So, schießen wir nochmal hier auf die Scheibe. Oh, bravo, bravo. Ja, super. Und Marion hat wieder eine kleine Sonne. Wie schön. So, da kommt der Sheriff. Oh, und ich hoffe, ich kann ihn besiegen, ohne... Ja, vor allem ohne zu sterben, aber auch ohne wieder so viel Energie zu verlieren, wie beim letzten Mal. Ja, ja, das ist nicht mehr. So, erstmal einmal zurück. So. Autsch. Okay, 40 haben wir eben schon mal abgezogen. Das waren 50. Erstmal wieder zurück. Na, komm schon.